Musik Also, wenn ich in Co-Creation gehen dürfte, für ein nachhaltiges Thema, dann würde ich mir sehr wünschen, dass wir über die innovative Verwendung von übrig gebliebenen Rohwaren sprechen. Wir untersuchen gerade alle unsere Geschäftsportfolien nach CO2. Meiner Meinung nach ist es für die Industrie, aber auch für das Banking die größte Herausforderung, momentan auch ordentliche Daten zu bekommen. Ich denke mir einfach, wenn wir Digitalisierung nachhaltig denken, gerade angesichts demografischen Wandels, der zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft und auch dem schwindenden Vertrauen in die Systeme, dann ist das ganz wichtig, alle mitzunehmen und niemanden zurückzulassen. Und das beziehe ich als Vorsitzende eines Unternehmensverbandes natürlich auch auf die Unternehmen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020